Nicht ständig seine Waffen ändern kann wie ein COD-Zombies. Ja, ich war als Vergleichs immer mit COD-Zombies. Als COD-Zombies habe ich halt sehr viel gezockt. Also da habe ich eine Zeit lang wirklich jeden Abend auf meinem iPod die Lobby gesucht und dann bis Runde 36 hoch, bis dann der andere rausgegangen ist. Das ist ein bisschen nervig. Eben das iPod-Problem, wo dann alle immer rausgehen, wenn sie keinen Bock mehr haben. Ich habe mal in kein Center Close bis jetzt gesehen, was mal eine ganz gute Sache ist. Aber jetzt habe ich sie gesorgt. Jetzt kommt es sicher gleich an um die Ecke. Aber ich habe ja einen Trick, wie ich gegen die ein bisschen bashen kann. Ich weiß auch nicht, bei Runde 8 oder so stand dran, dass die Gegner jetzt stärker sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt stärker in dem Sinn gemeint ist, dass sie mehr Schaden machen oder dass sie mehr einstecken. Ich glaube mehr einstecken. Aber du und dein Elchkopf und dein Center Close. Kopf. Cookie Corner, Candy Canceling, Coco Coffee, Coco Coffee, Coco Coffee. Hätte ich da ins Lust drauf? Weiß gar nicht. Kann ich das kurz springen, Bruder? Wow. Junge. Ist okay, das ist ja nicht. Was denkst du eigentlich? Von dir hier. Headshot. Mensch. Arena Score 4000. Immerhin meine beste Arena dann mal. Ist auch die erste, bei der ich wirklich Lust habe, mal weit zu kommen. Den anderen habe ich alle nur mal zum Ausprobieren gespielt. Hm. Yum, 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 yum. Schöne Lichterkette. Nein, okay. Die Eiszapfen sind jetzt nicht gerade die Originalsen. Woher kommen sie nur jetzt? 20 Zorn ist diese Runde? Mischen das abgad. Nein, ich so nicht gerne mich vielleicht wieder den Speedbus kaufen. Geld würde ich ja wohl noch genug bekommen. Oh, mein Lieblingsfreund wieder. Nein, ich habe es nicht getroffen. Der könnte doch dann wenigstens anderen Schaden zufügen. Das wäre cool. Ja, ich wechsle mal lieber schnell die Waffe, bevor es doch Probleme gibt. Nachdem ich angefangen habe, eine halbe Stunde, werde ich auch noch mal kurz ein Bebrechen haben. Geht mein Bruder wieder nach Hamburg studieren. Boah, getroffen. Können wir uns auch mal sterben. So, wollen wir mal. Oh ja, so jetzt zum Beispiel. Jingle Berlin. Jingle Berlin, Jingle Berlin, Jingle Berlin. Nein, 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 nein. Ich bin schon bis zum Teil. Also, wenn das mal kein Zeichen war, gerade rede ich davon. Und schon wurde ich mal wieder unterbrochen. Aber jetzt hoffentlich mal eine Weile. Oh. Bisschen was getrunken, bevor es weitergeht. Jetzt wieder gestärkt. Ups, jetzt bin ich an mein Mikro gekommen. Gestärkt in den weiteren Spielverlauf. Und Resume. Resume, ey. Na, schon wieder leer, die Waffe. Ha, jetzt nicht mehr. Neun Leute, Left. Left, bist du, sind die Links? Witz des Jahres. Weihnachtsmann kommt wohl keiner mehr. Dieses Jahr. Hm, durch dieses Jahr kommt wieder einer. Nochmal so einer. Oh, das gern möchte ich. Das geht so nicht. Das möchte ich. Geschaff, 408 Klöten dazu gekommen. Ich muss mal mit meinem Mikro stunden auch alles. Mal kurz schauen. Mal kurz mein Bildschirm umstellen. Oh, VGA. Ja, sieht fast so aus, als ob man mich doch noch hört. Nee, 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 Spaß. So, Resume. Hier, das Ding da unten, kann ich mir mal wieder kaufen. Und, ja, damit. Head Flats. Ach so, das ändert sich jedes Mal. Okay, dann kann ich euch das auch mal zeigen. Und zwar nach dem jetzt wahrscheinlich. Die wohl gespawnt sind, wird es nicht mehr ändern. Aber die danach dann eben. Und zwar... Äh, bei denen ist es noch gar nicht. Müssen wir es nicht einsetzen? Hallo? Da hinten, da sieht man es. Der da im Anzug, der da drüben. Sieht ein bisschen verrückt aus. Na, na, guck. So sehen die ziemlich alle aus. Das heißt, ich kann wesentlich einfach einen Kopfschuss erzielen. Und das ist ganz angenehm. Jo, das war's dann eben. Ganz toll. Wow. Okay, jetzt muss ich nur leben. Cool. Dass dich das so jedes Mal ändert. Das heißt, nicht einmal das und dann wieder. Oder einmal das und dann immer das. Oder sonst irgendwas. Ich kann ja wirklich in der Ruhe alles mal zeigen. Alter, hat der einen Riesenkopf. Das ist ja abnormal. Hm, Bigfoot, Bighead. Alter. Sieht so lachhaft aus. Kann man gar keine Angst vor denen haben. Äh, scheiße. Nein, nein, nein. Nicht gut. Okay. Da kannte ich die Map zu wenig. Und zwar dachte ich, dass es ganz im Eck runter geht. Aber dem war leider nicht so. Aber nichts, da brauche ich nicht. Ich habe Skill, da brauchen wir kein Emmo. Oh ja. Jetzt wusste ich, wie es auch laufen kann. Ich glaube, genauso schnell. Noten nicht drehen. Alter, nochmal, Alter. Übertreibt's halt. Aber ich bin auch schon Runde 15. Da gibt's wieder ein Special Reward. Und ich bin fast tot. Also, ich muss mich mal ein bisschen anstrengen. Ich habe's nicht getroffen. Wieso treffe ich's nicht? Okay, ich will nicht drauf gehen. Nein, nein, nein. Ich habe keine Muni mehr. Willst du mich verarschen? Okay, ich hole's wieder draußen. Cool, jetzt bin ich gerade echt ein bisschen angespannt. Ah, ne, da liegt ja auch nur was rum. Okay. Alter. Wenn ich noch einmal getroffen werde, bin ich wahrscheinlich ein Nepo. Aber ich werde nicht mehr getroffen in dieser Runde. Schön. Und jetzt brauche ich dringend ins Leben. Okay, ich glaube, diesmal baue ich jetzt mal mein Turret auf. Und zwar in dieser Ecke. Weiß nicht, ob das dann nämlich vom Meer herunter bleibt. Oder was nicht hier. Okay. Scheiße. Nein. Ich bin so dämlich. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, viel Spaß. Runde. Ich werde mal Muni zu entsparen. Ist auch so ein geiles Laser Turret. Ich muss der Raum raus. Spannende Runde. Sehr spannende Runde. Aber geil ist das geschützt. Das muss man lassen. Ich glaube, dann ist es nach links. Weil ich habe das auf meine vier Feldtasten auf dem Xbox Controller gelegt. Die vier Items, wo man haben kann. Und nach oben war jetzt das geschützt. Dann ist nach rechts wahrscheinlich die Granate. Weil ich habe das so gegen den Uhrzeigersinn gemacht. Ich möchte raus. Kann man bloß doof sein. Ich dachte... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alter. Nee, 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 nee. Ah. Nee, dadurch geht es nicht weg, oder? Hm. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hält mir vielleicht drei Runden oder so. Aber die gehen doch hoffentlich los. Ich dachte, die würden jetzt das Geschützchen wenigstens kaputt schlagen. Das wäre ja wirklich gut. Wenn man es gescheit platzieren würde. Nicht selber dahinter klemmen würde. Ah, das ist nur wieder intelligenter Simon. No. Ich der Geld, wenn der es kaputt schießt. Komm, töte den mal. Oh, fuck. Ich möchte so nicht drauf gehen. Ah, das wäre ziemlich ungut. Ungut. Okay, einer noch übrig. Wo ist er? Okay, jetzt gucke ich mal. 4.851 habe ich jetzt. Und... Alter, du bist doch doof, du scheiß Geschütz. Hm. Ich glaube, das verdiene ich... Das verdiene ich nicht. Okay, nach der Runde ist es weg. Eine Runde müsst ihr noch überleben, wie ich hier so ganz spannend dastehe. Und zuschauen, wie meine Geschützarbeit macht, weil ich so doof war. Ich dachte, das hätte gar kein... ähm, gar keine Box, gar keine Kollisionsbox oder so. So Modern Combat-like. Aber nein. Einfach zu gut die Programmiere. Ah, dass es einfach direkt hinstellt, dass man nicht sowas wie bei COD vor sich hat, wo man dann... das so sieht und dann eben überlegen muss, wo man es hinstellt. Dann brauchst du nicht drauf schießen, liebes Geschütz. Das habe ich im Moment. Sehr gut. Ein Geschütz, wenn ich auf jeden Fall schieße, dann brauchst du nicht auch mal mit drauf schießen. Ich glaube, da kommen dicke Ausschiffe von der Seite. Ich glaube, das wird mein Ende sein. Ja, ganz toll. Danke, liebes Geschütz. Du hast mich getötet. Ah, spannend, spannend. Mal sehen, wie weit wir gekommen sind, was das Level angeht. Wir haben keinen. Doch, haben wir ein Level gemacht? Ich glaube schon. Die Leveltechnik muss noch nicht so viel. 40 Minuten haben wir gespielt. 782% Leben verloren. Wie geil ist das denn? Geld verdient haben wir 5000. 15.000 EP? Money spent 4000. Oh, okay. Hm, ist einiges. Ja, okay. Bam. 10.000. Rang. Ah, 1911. Dann spielen wir noch kurz über eine Casino. Vielleicht gewinne ich ja irgendwann mal den Jackpot. Quart. Wer ist mal ich, bare, bare, bare oder 777 der Jackpot. Hm. Carriert, một Stacy. Das ist das. Naja, dann war es das mal so weit. Ich hoffe, euch hat diese Runde Zombies, der Trigger Zombies, Spaß gemacht und ja bis zum nächsten Mal, euer das Lumpf Real. Ciao, ciao.